Kommt die Zuschlagsvariante für EM-Bestandsrentnerinnen und Rentner schon zum 1. Januar 2024? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Bundesregierung hat im Zusammenhang mit der Rentenerhöhung 2022, die ja zum 1.7. 2022 kommen wird, auch beschlossen, dass die EM-Bestandsrentnerinnen und Rentner einen pauschalen Zuschlag ab dem 1. Januar 2024 bis zu 7,5% erhalten sollen. Dieser Zuschlag dient als Ausgleich für die ungleiche Behandlung von EM-Rentnerinnen und EM-Rentnern, die vor dem 1. Januar 2019 eine Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenrente erhalten haben und deshalb von der neuen erweiterten Zurechnungszeit ab Beginn einer EM-Rente nach dem 31.12.2018 ausgeschlossen sind oder waren. Wer also nach dem 31.12.2018 eine EM-Rente bekam, hatte eine pauschale Zurechnungszeit bis zu dem 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate erhalten. Wer die EM-Rente vor dem 1. Januar 2019 erhalten hat, also mit einem Tag Unterschied, der bekam nur eine Zurechnungszeit bis zum 62. Lebensjahr und 3 Kalendermonate gutgeschrieben. Sind in der Summe 3 Jahre und 5 Monate Unterschied. Und für diejenigen Rentnerinnen, deren EM-Rente nach dem 31.12.2000 und vor dem 1.07.2014 begonnen hat, soll es zum 1.07.2024 einen pauschalen Zuschlag von 7,5% geben. Und für die Rentnerinnen und Rentner, deren Rente nach dem 30.06.2014 und vor dem 1.01.2019 begonnen hat, sind es dann noch 4,5% mehr Zuschlag zum 1.07.2024. So ist der Stand des Gesetzgebungsverfahrens vom 13. Mai 2022. Gegen diese Zuschlagsregelung gibt es massiven Prozess. Im Kern formiert sich im Bundestag und im Bundesrat Widerstand gegen die Regelung, weil diese nach Ansicht einiger Parteien viel zu spät kommt. Millionen betroffene Rentnerinnen sollen noch zwei Jahre warten, bis die Regelung umgesetzt wird. Die CDU kritisiert, warum nur Rentner, die nach dem Jahr 2000 die EM-Rente bekommen, von dieser Regelung profitieren sollen. Eigentlich sollten doch alle Versicherten, die auch vor 2001 eine EM-Rente bekommen, von der Zuschlagsregelung profitieren. Dass sich gerade die CDU hier in die Reihen der Kritiker stellt, ist wirklich bemerkenswert. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass es gerade die Christdemokraten waren, die alle oder viele Verbesserungen in Sachen EM-Rente oft vehement blockiert haben. Vor allen Dingen mit dem Argument, es gebe ja nicht genügend Geld dafür. Zurück zum Streit. Der Beginn der Zuschlagsregelung zum 01.07.2024 ist viel zu spät. Zwei Jahre sollen die Rentnerinnen und Rentner auf das Geld verzichten oder darauf warten. Das geht nicht. So ist es einhellige Meinung im Bundestag und auch aus den Reihen der SPD. Aufgrund des unerwarteten Drucks, auch aus den eigenen Reihen, denkt die SPD darüber nach, den Beginn der Zuschlagsregelung vom 01.07.2024 auf den 01.01.2024 vorzuverlegen. Allein dieses halbe Jahr, früherer Beginn, würde aber einen höheren Zuschuss aus dem Staatshaushalt notwendig machen und wahrscheinlich eine Beitragssatzerhöhung von 0,1% auf den Rentenversicherungsbeitrag. Wir, die Rentenberater von Rentenbescheid24.de, würden uns wirklich freuen, wenn die pauschalisierte Zuschlagsregelung früher kommt. Viele EM-Renten sind echte Armutsrenten. Jeder Cent mehr in der Tasche der Betroffenen bedeutet Entlastung und ein Leben mehr in Würde. Niemand hat sich Krankheit und diese Rente wirklich freiwillig ausgesucht. Näheres zum Thema pauschale Zuschlagslösung für EM-Bestandsrentnerinnen und Rentner können Sie in unserem kostenfreien Ratgeber auf www.rentenbescheid24.de erfahren oder nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.